Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Ich war mit dem Daniel und dem Marc Acker Handwerker auf der mittleren Map unterwegs. Und das wird ein langer Schnitt für mich. Warum und weshalb, das erzähle ich euch am Ende im Outro. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Runde. Ich würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Ich habe Fächern dabei. Ich hoffe, ich muss es nicht benutzen. Bitte Pistols, Packs oder was? Das hoffe ich auch für uns. Aufpassen, da hinten ist ein Spawnpunkt. Oh, er lernt dazu. Marc, hau mich mal. Danke. Säckchen, ne? Hier ist ein Eingreif. Oh, da war ein Spawnpunkt. Säckchen, hier. Oh. Oh. Oh, ist der Boss. Wolltest du keine Klingeln haben? Nee. Ossia, wie ich gesagt habe. Ja, ja, ich habe schon wieder die Fallen vergessen. Alter. Oh, wir haben wieder den Blöden. Oh, wir haben wieder den Blöden. Oh, ich habe ihn. Ich habe gebrannt. Du hast verbannt, alle Blöden zu sehen. Achso, habe ich auch. Na, was war das denn? Oha, direkt nebenan. Wollen wir hin? Jetzt brauchen wir auch nicht mehr gehen, finde ich. Mit Bounty dann, oder was? Mit Bounty, ja. Wir haben drei Wägen um uns drum herum. Ja. Bei einem werde ich mal gehen dann. Wägen ist übrigens richtig. Wägen ist übrigens richtig. Ja, was soll das richtig sein? Weil wir nicht wissen, ob Wagen die Mehrzahl von Wagen ist. Na, Wägen natürlich. Ja, klar. Aber letztens haben wir gerätselt. Nicht noch weiter nach vorne gehen, ja, nein, sonst guckt dein Rohr raus. Gegner. Ach nee. Kommst du da drauf? Ja, ich habe welche gehört. Deine geht aufs Dach. Hat Hit auf dem Dach. Mhm. Ich würde auch gerne mal die Bounty aufnehmen. Alter, jeder Hit, 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 Ey. Bomm mal Heilung. Hat jemand Heilung gesehen gehabt? Je, ne. Nein. Nee. Nate? Heck. Der ist wie da drüben auf dem Dach. Also rechts Richtung Nordwesten. Der andere ist Osten auf dem Dach. Wo muss der dritte? Ich guck mal. Der dritte ist hier da. Liegt hier unten irgendwo. Oh, ja, da ist er. Eieieiei, ich habe die Tür offen. Warum? Weil ich ihn getroffen habe. Fuck. Der andere killt mich. Das war dumm. Du hättest nicht nochmal peaken dürfen, als du so low warst. Äh, der, der mich gekillt hat, war ein anderer. Ja, ja, ja. Du hast trotzdem nochmal gepiekt, als du so low warst. Ja, weil er auch low war. Oh Gott, glaub ich nicht. Er war halt auch low. Er war das. Ja. Und ich gucke. Ich bin hier direkt vor der Tür. Nate? Sie hat hit auf den Dach? Der auch, aber leider kein Headshot. Der ist hinten runter. Ja, zwei und drei Minuten. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Komm rein, Dicker. Alter, dem haben sie die Füße weggeschossen. Links ist sie gern. Curly. Ich kann da nicht rauspeaken. Das ist ein riesen Problem hier. Jetzt kann ich rauspeaken. Nein. Ich kann nicht nochmal hier pieken. Mann. Schöööön, schön, schön. Ähm. Warst du das? Ja, ja. Ich guck mal. Jo, das war's. Die anderen sind noch drüben. Ja, dann looted. Ich bräuchte mal noch Heilung. Hier sind wir zum Wagen. Also die scheinen, die scheinen low zu sein halt, ne? Die haben halt auch fight. Ich bin auch low. Wie viel hast du verloren? Aber ein Balken weg und klein. Ja. Geht, oder? Ja, ja. Ich bin da am Wagen, wenn wir noch schnell Heilung haben. Ja, ich würde auch reingreifen. Vielleicht schnell packen. Jetzt ein Döner. Ich guck mal. Vier Mann sehe ich. Hier vorne ein Gebäude. Hier. Oh, wie laut war das denn? Vier. Hier vorne auf jeden Fall was. Und hinten ist was. Aber so genau zuordnen konnte ich das jetzt nicht. Da ist einer am Fenster. Oh ja, der hat auch Schüsse auf mich. Einer tot. Habt ihr gehört? Einer tot. Ich geh ein Stück ran. Ja, ich müsste auch ran. Ich gucke. Zwei hier vorne im Länglichen. Einer hinten. Jetzt sind die über mir. Ja. Ich bin da. Kannst du mal Sicht benutzen? Äh. Zwei da und einer da direkt. Ich bin da. Ja, das ist jetzt. Ja, ich bin da. Ja. Hier, ich bin da. In der停. Scheiße, einer steht genau hier beim Steak. Kann ich hier hoch, Jonah? Ja. Einer ist irgendwo da. Äh, aber pass auf! Der aimt da ab. Ne, ne, komm nicht hoch. Frei im Boss-Lager. Komm hoch, komm hoch, ist frei, die Tür ist zu. Da drinnen steppt's. Einer muss hier irgendwo sein. Ja. Alter, hier ist er ungefähr. Mhm. Einer hat Hit, der steht da an der Treppe, nach unten, der ist unten. Hat sich geheilt. Ja, Smoke runtergeworfen. Ich werfe unten eine Splitter rein. Ja. 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 Keine Ahnung, wo der jetzt saß. Einer gestorben? Ja, andere Seite. Ich hab Neko, ne? Ja, mach mal. Aber die Sicht ist dann weg, ne? Ich hab vier Sekunden noch. Oh. Ja. Soll ich's probieren? So. Oh, mein Fenster am Fenster am Fenster am Fenster. Ja, 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 ja. Welche? Nice. Schön, Daniel. Anbieter. Schöner Schuss. Der andere ist immer noch unten, oder wat? Ne, einer müsste rechts von dir sein. Ich hab letzte Sekunde, ich nutze ihn. Der ist unten. Der ist unten. Der ist unten. Aber dann sind's doch noch mehrere, weil rechts schießt es ja auch. Daniel, einer ist unten unter mir. Guck mal, da ist ein Fenster bei dir. Aim das mal ab. Ja. Ich rauf hier gar nicht. Ich würde mal kurz Sicht benutzen. Ja, mach mal. Ja. Der ist aber auf der Seite, auf der Nordseite da. Da drüben, wo ich nicht hinnehmen kann. Wie auf der Nordseite? Ja, hier in dem Bereich unten. Unten. Kannst du was reinpfeffern? Ich hab noch ne Nade, ja. Ich hab auch noch ne Nade. Pfeffer mal rein. Pfeffer mal rein. Da ist, da ist doch Dings, Marc. Ach, die Smoke. Ja. Ja, das bringt dann gar nichts. Doch, bringt sowas, wenn du nicht reinpfefferst. Das war's da, oder? Ich geh mit rüber. Hat es? Nice. Nee, hier unten draußen läuft wer. Am Dach. Komma. Zwei Mann am Dach. Am Dach. Komma. Zwei Mann am Dach. Komma. Komma. Ja, aber die... Pass auf, zwei Mann. Nee, da nicht, da nicht. Rechts. Da. Und rechts von dir hab ich was gehört. Ja, hab's gehört. Ich hab's auch gehört. Ja, hier draußen. Schön. Müsstest du ja. Eigentlich war ich im Kopf, ne? Ja, ja. War nur Kopf eigentlich. Ja. Ich glaub ich hab den. Das Depp's nimmer. Fang er. Mal kurz weg hier. Boah, letzte Heilung jetzt. Für den allerdings. Nur noch einer. Einer bei der Bounty da. Irgendwo. Nice. Du hast den. Ja, die waren alle low. Schön. Schön. Wat ne Runde. Gude. Hallo Quaxi. Ich hab auch nicht gedacht, dass ich das... Daniel ist ne Spekster, wenn du die willst. Nee. Dass ich's überlebe. Daniel hat nur noch über 200.000. Ja, das wird eng langsam. Aua. Wo waren die Toten? Äh, oben. Hier, wo die Bounty liegt. Ja, ich würd sagen ne Jupp-Jupp-Runde. Jo. Auf jeden Fall. Jo, ich hab nix dazu beigetragen, aber ja. Stimmt doch gar nicht. Du hast doch bei... Drei Dynas, ne? Ich würd gerne... Bei dem ersten Team, da hast du doch auch zwei getötet. Nö, einen. Alter. Junge. Ey. Ey. Ey, der trifft ja, was dem doch. Ja, der sieht uns doch. Ach, der ist da oben, ist der. Na ja, guten Morgen, Daniel. Ich bin jetzt die ganze Zeit auf den Boden. Ich seh ihn nicht. Dieter. Mach ich dich nass da. Sag, Marc. Mutprobe. Von da oben runterhüpfen. Geht nicht. Wie geht nicht. Ich komm mir nicht rüber. Schüsse, schüsse. Ach komm, ernsthaft? Nee, echt, die kommen mir nicht rüber. Kannst auf mir landen, komm. Du fett. Kann mal die... Sag mal dreimal, Jungs, ne? Okay, ja. Oh oh. Echt jetzt? Liebe Stream-Zuschauer, einmal mit Profis. Fast hätt ich dich noch aufgefangen. Ja. Also ich glaube, jetzt nach dem Sprung haben meine Oberschenkelknochen, die haben glaube ich oben aus den Schultern rausgeguckt. Haha. Waxi, da kriegst du ein extra Emoji für Stufe 3. Killspeichern nicht vergessen. Ich mach demnächst mal. Ja. Du musst es speichern. So. Hat er mal einen tollen Kill gemacht, jetzt sagt er selber. Killspeichern nicht vergessen. Hahaha. Die Pfeife. Sonst gehts immer, wie, das willst du hochladen? Ich hab gar nichts. Jetzt hat er den Ground. Jetzt kann er frech sein. Ja. Ich hab einen läppischen Kill gemacht. Ja. Mehr kannst du auch nicht. Tja. Mehr kann ich auch nicht. War nicht so meine Runde, aber sehr geiles Teamplay. Hat Marc und Daniel sensationell gemacht. Warum das für mich ein langer Schnitt war? Weil immer wenn meine Mates viele Kills machen, dann habe ich ganz viel zu schneiden. Dann muss ich das rausschneiden. Dann das Video reinschneiden von meinem Mates. Und das ist immer ein bisschen... Ja. Ist jetzt auch nicht so viel Arbeit. Aber ich habe ein Problem mit meinem Schnittprogramm, dass ich ab und zu mal, wenn ich irgendwelche Szenen einblende, dass ich dann Schwarzbild bekomme nach dem Rendering. Und dann muss ich das mehrfach rendern. Und das nervt. Ich saß hier schon ganz oft bis morgens um 5 oder 6 oder 7 und habe ein Video zum vierten oder fünften Mal gerendert. Und ich habe den Fehler einfach nicht gefunden. Dann ist es immer Schwarzbild. Total doof. Ähm. Ja. Wo fangen wir denn an? Bei Maw, das Team, den einen, da habe ich einen Lucky Headshots gesetzt. Klar, den habe ich davor schon getroffen, aber der hat sich dann wohl geheilt. Und dann habe ich ihn halt gesehen und konnte erahnen, wo der Kopf ist. Und habe dann geschossen und dann ist er zum Glück umgefallen. Marc hat den unten weggefächert. Ähm. Das war auch ein bisschen Lucky, wie ich fand. Ähm. Aber hat er sehr gut gemacht. Und Daniel hat den Typen oben vom Dach geholt. Auch grandios. Dann waren wir ja bei, ähm, Sweet Bell und Daniel. Der Headshot von ihm war auch geil. Ähm. Wir haben halt das Glück gehabt, dass wir da hingekommen sind und alle waren low. Die waren halt teilweise, also sie waren alle One-Shot. Und das war echt gut. Wobei Daniels Schuss war, glaube ich, tatsächlich ein Headshot. Das hat er richtig gut gemacht. Ähm. Hat er auch gut gemacht, als er unten den Typen da im Smoke geholt, in der Smoke geholt hat. Der war ja völlig eingesperrt da unten. Warum der hinten nicht rausgelaufen ist, verstehe ich nicht. Warum der die ganze Zeit da unten dringengeblieben ist, der hat wahrscheinlich so eine Angst gehabt, dass er da gar nicht raus ist. Ähm. Blöd für ihn. Gut für uns. Hat Daniels sensationell gemacht. Ich habe null damit gerechnet, dass die hinten um die Ecke geschossen kamen. Ähm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann lag ich da im Dreck. Ähm. Habe ich verdient gehabt. Ja. Da hätte ich aimend eigentlich hingehen sollen. Aber ich habe tatsächlich nicht gehört, dass der da ums Ecke ran kam. Ähm. Ja. Marc oben, die er da im Fenster geholt hat, auch sensationell. Richtig gut gemacht, lieber Marc. Ähm. 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 War eine geile Runde. Ja. Kann man nichts anderes sagen. War wirklich eine geile Runde. Und am Ende der Sturz. Der Sturz. Um Gottes Willen. Der Sturz vom Marc. Ähm. Fast hätte ich ihn aufgefangen. Das war ganz knapp. Aber es sah total lustig aus. Wie hat er oben runter gesegelt. Es hat richtig so eine, so eine Kurve gemacht. Ähm. Ja. Geile Runde. Ähm. Ich hoffe sie hat euch auch gefallen. Äh. Denkt an mein TeamSweek. Das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Die haben mir den extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen. Könnt ihr auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber. TeamSweek. Mumble. Rootserver. Gameserver. Webserver. Etc. Sucht seid ihr an einer super Adresse. Mein Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz 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 tollen Tag. Und wir sehen uns spätestens morgen früh wieder. Pünktlich um 9.30 Uhr. Oder ab 14.30 Uhr oder 15 Uhr. Je nachdem. Auf Twitch. Wenn ihr Bock habt. 1049.de wie hier. Hau rein. Tschüss.